Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, heute zurück zu einem weiteren FIFA 20 Ultimate Team Video. Wir werden uns heute mit 5 Dingen befassen, die EA einfach falsch gemacht hat zu FIFA 20. Und da sind mir ein paar 5 Punkte aufgefallen, die euch eventuell auch was sagen, die ihr auch wahrscheinlich kennt. Und falls ihr nochmal ein paar mehr habt, dann schreibt man das gerne in die Kommentare. Vielleicht kann man da nochmal einen zweiten Teil draus machen. Und lasst mir natürlich allgemein einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen für den Support. Also, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal voraus. Wir gehen rein zu dem allerersten Punkt und zwar zu dem Team of the Year. Ist ja jetzt schon ein bisschen vergangen, ein paar Tage und wir wissen auf jeden Fall, wie das ganze Team aussieht. Es ist jedes Jahr aufs Neue, denke ich mal, strittig und ich wage auch zu sagen, dass es auch wieder dieses Jahr so ist. Und zwar mit zwei Spielern, die einmal namentlich natürlich heißen Kevin De Bruyne, der eine sehr lange Zeit verletzt war. Und natürlich nicht zu vergessen, Matthias Silligt. Auf jeden Fall, da gibt es meiner Meinung nach dann doch schon Spieler, die es eher verdient hätten. Wie zum Beispiel ein Koulibaly oder auch einer, der es wirklich meiner Meinung nach mehr verdient hätte. Zum Beispiel ist ein AV gewesen, also ein Außenverteidiger mit zum Beispiel Kimmich. Ja, als Beispiel bei der ZM-Position zum Beispiel einen Zierich, der es eher verdient hätte oder einen Wijnaldum. Also da gibt es halt immer wieder strittige Situationen, das ist auf jeden Fall ein Fehler, den meiner Meinung nach EA gemacht hat. Der aber natürlich erstmal jetzt nicht schlimm ist, denn es gibt weitaus schlimmere Punkte, wie zum Beispiel der nächste Punkt. Und der ist schon deutlich gravierender. Wir kommen hier zu den zu vielen Karten, die EA rausgebracht hat, bis zu dem allein jetzigen Punkt. Ja, und da haben wir allein schon wieder den Punkt zum Beispiel mit den Team of the Anominy Karten. Die waren so unnötig, dass man den Markt zu diesem Zeitpunkt zu einem extrem tiefen Punkt hatte. Zu einem Punkt, wo man einfach sagen muss, zu diesem Zeitpunkt gab es in der Ultimate Team Historie noch keinen tieferen Markt. Also das war wirklich mit Abstand das Heftigste, was wir bisher erlebt hatten. Wir hatten Ronaldo, wir hatten bei Messi bei, ja man kann auch schon sagen, weitaus unter einer Million Coins, was einfach viel, viel zu viel ist. Und da schon zu so einem Zeitpunkt, ich weiß nicht, warum man auf so eine Idee kommt, wie man sich sowas einverlassen kann. Ist einfach nur das Schwachsinn, meiner Meinung nach. Und das hat einfach dieses FIFA meiner Meinung nach auch so einen kleinen Ticken kaputt gemacht. Und ist einfach so ein Punkt, wo ich sagen muss, das hätte nicht sein müssen. Und ich hoffe, dass sie das nächstes Jahr definitiv mit dem Team of the Anominy Karten definitiv bitte rauslassen. Weil das ist keine gute Option gewesen, das in das Spiel hinein zu ballern, einfach mit einzufügen. Denn das hat, wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt, den Markt wirklich komplett auseinandergenommen. Wie geht weiter mit dem nächsten Punkt? Und das sind allgemein diese Fails, die sie in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Wie zum Beispiel, dass sie SBCs falsch benennen oder das neueste Beispiel, was unfassbar krank ist. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Ich denke mal nicht. Was wichtig ist, dass EA in ihrer Abstimmung, sie hatten alle erste Abstimmung, die sie aber rausgenommen hatten. Weil EA ohne, also weil die Team of the Anominy Abstimmung ohne Robert Lewandowski war. Also es geht hier um den zwölften Mann. Und da war Robert Lewandowski nicht mit dabei. Da gab es so viel Shitstorm in den ersten Minuten, dass EA sich dazu entschieden hat, ja komm, wir löschen einfach wieder den Post. Also ich gehe zu 99,9% aus, dass es daran lag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an irgendwas anderem lag. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das war jetzt aber nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch weitaus mehr Fails, die sie schon gebracht haben. Da könnte ich ja so viel aufzählen. Ich denke, ihr wisst das selber. Das ist einfach, ja echt nicht mehr in Worte zu fassen. So viel SBC-Fails, dass sie einfach SBCs rausnehmen, wieder reinnehmen. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Also einfach unnötig und auch ein Punkt, den EA definitiv zu FIFA 20 falsch gemacht hat. Ja klar, dass mal was vorkommen kann, ist so eine Sache für sich. Aber dass dann so viele Fails in einem FIFA Teil in ein paar Monaten passieren, finde ich schon ein bisschen krass. Dann der nächste Punkt ist die Server. Das muss ich denke mal keinem erzählen, dass die Server nicht die besten sind. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Das ist eine Sache, die schon seit Wochen und Monaten hinausgezögert wird, beziehungsweise schon seit Jahren, wo man einfach nichts dran verbessert. Also hinausgezögert meinte ich damit darauf bezogen, dass man einfach nichts dran verändert. Man verändert einfach nichts an diesen Servern, verbessert sie nicht, korrigiert sie nicht, wenn man sieht, was man mit einer Lightning Round einnimmt. Und dass man dann so wenig, beziehungsweise gar nichts an diesem Spiel verbessert, verstehe ich einfach nicht. Und dann kommen wir zum nächsten, aber auch schon zum letzten Punkt und zwar um das Footmiss Event. Das Footmiss Event war letztes Jahr wirklich, muss man einfach sagen, deutlich, deutlich besser als dieses Jahr. Man hat dieses Jahr zwar auch vielleicht ein paar interessante Spieler mit dabei gehabt mit Mondi, aber im Groß, also zum Großteil muss man wirklich sagen, war das Footmiss Event wirklich, ja, bei weitem schlechter als letztes Jahr. Wo es einfach so viele gute Spieler gab, als einer der besten Spieler, ich glaube, wenn nicht sogar der beste KDB, der unfassbar nice war. Aber dieses Jahr gab es auch ein paar interessante, wie gesagt, Footmiss, Mondi war ganz gut, Renato Sanchez war auch ganz gut, aber es gab viele SPCs, die einfach maßlos überteuert waren. Also das war ja unfassbar, wie krank die überteuert waren. Maikui zum Beispiel, der mir jetzt so spontan einfällt, der wirklich, ja, schon meiner Meinung nach überteuert war, definitiv. Dann haben wir noch mit dabei, der auch wirklich komplett überteuert war, war Kai Havertz oder zum Beispiel auch Douglas Costa. Wenn wir sonst noch mit dabei hatten, Markus Rashford für fast 300.000 Coins, das war unfassbar krank. Für Arnold Mondi, gut, kann ich noch halbwegs verstehen, aber auch das finde ich heftig. Ja, dort die Lugibagio, fast 180.000 Coins. Sissoko 330.000 Coins, auch ein bisschen krass übertrieben. Luka Modric 150k, also finde ich schon heftig. Klar, es gab auch ein bisschen was geschenkt, wie Drea fast oder auch zum Beispiel den guten, altbekannten, wunderhübschen, ja, muss man ja sagen, Simon. Also der war ja auch unfassbar geil, laut vielen. Habe ich selber nicht gemacht, aber soll ja echt ganz gut gewesen sein. Also das Foot Miss Event war einfach ein Reinfall, man muss es einfach so sagen. Und von dem her hat die L, würde ich mal behaupten, einiges falsch gemacht. Man kann natürlich noch mehr sagen, aber das sind jetzt so die Punkte, die mir so als erstens eingefallen sind. Schreibt mal, wie gesagt, gerne noch was in die Kommentare dazu und dann lasst uns darüber gerne noch diskutieren. Dann lasst uns darüber gerne noch diskutieren. Ich bin raus, haut da rein und ja, bis zum nächsten Video, lasst es klacken, bis dann, haut rein und ciao.